Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Let's Play Together in unserer schönen Welt. Hallo Mofuyu. In der nächsten Station sehen Sie den Köln Hauptbahnhof auf der linken Seite, deren Turbinator auf der rechten Seite steht und auf Ihre Fahrgastmitnahme wartet. Bitte lassen Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt am Bahnhof stehen. Vielen Dank. Ladies and Gentlemen, thank you for traveling bis Deutsche Bahn. Danke Taros, dass du mich getötet hast. Ich meine, das war ja sehr nötig. Du hast jetzt mal die ganzen Sachen ins Wasser geschmissen. Nein, die schwimmen oben. Sascha, warum? Erklär mir nur, warum. Weil ich von der Bootkante stoßen wollte. Aber ich habe doch gesagt, bitte nicht töten. Ich wollte dich auch nicht. Ich wollte dich einfach nur schubsen. Darf ich erwähnen, dass ihr das bei mir auch gelegentlich mal macht? Knauze. Boah ey, ich hab noch ein Herz oder ein was weiß ich nicht. Ich muss hier meine Eimer voller Sachen... Jetzt aber auch wehe dir. Johannes, bekehr nach mir gleich vorbei. Wir haben die Räume? Sonst kommt auch der Konzerber. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, Freunde, ob ihr diese oder die Welt davor besser fandet. Also ich persönlich finde diese Welt cooler. Also ich persönlich finde... Boah Sascha, ernsthaft. Ganz ernsthaft Sascha. Mann, Mann. Ja, der sitzt da wahrscheinlich... So. Sascha, aber die Spitze muss so von unten nach oben verlaufen. Weißt du, was ich meine? Du meinst so? Nee. Was sind die jetzt für Holz? Guck mal, ich meine das so. Warte mal. Unten hast du das schon richtig gemacht? So, pass auf. Eigentlich müsste dann jetzt hier... Warte mal. Oh, jetzt muss ich bei mir schwimmenden Block wechseln. Tschüss. Guck mal, Sascha. Wie Titanic. So, pass auf. Das müssen wir eigentlich hier so machen. Warte mal. Titanic. Und jetzt müssen wir da wieder einen Block draufsetzen. Verstehst du, was ich meine? Wir können noch eins so machen. Du meinst hier. Wie? Genau. Ja, dann lass uns nach vorne gehen und von oben. Von unten bauen sie mal blöd. So, jetzt muss ich aber von unten wieder welche abreißen. Nee, nicht abreißen. Doch, du wirst... Ach komm, lass mich mal machen. Das Problem ist ja leider nicht das passende. Das hier muss jetzt wieder weg. Ah, ich kann das mit dieser Scheiß... Ich hab keine... Sascha, komm mal her. Ich mach mal hier kurz. Jetzt mal ein bisschen Licht hier machen. Guck mal hier, ich kann hier Holz zu werfen. Boah, das sieht aber auch wieder total anders aus. Sascha, guck mal, die Blöcke hier müssen weg, damit spitz aussieht. Boah, ich steck dir gleich meine Rosen sonst nicht. Spitz wie Nachbars Lumpy. Bitte was? Bitte weich? Weich? Du bist gerade wieder Saratzer. Was ich hier baue, Leute, ist übrigens nur für die... Was baust du da? Durch ein Dach bauen, es regnet. So, äh, Patrick, hast du für mich irgendwas, womit Holz abbauen kann? Ja. Oh, mal knüppel, mal rüber. Oh, jetzt hab ich's da hingeschmissen. Sascha, guck mich mal, guck euch, warte mal. So, danke für den Screenshot. Oh, oh. Guck mal, es brennt. Oh nein, die ist schon wieder. Wo hast du das Feuerzeug eigentlich wieder her? So, Sascha, komm mal her. Du sollst doch nicht zünden. Aua, ey, 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 hör auf, hör auf. Haben die deine Eltern noch verboten, Sascha? Nein, die haben's mir gezeigt, wie's geht. Ja. So, mein Junge, so fackelst du unser Haus ab. Wie der Hunde gefallen ist. Und dann in der Zeitung irgendwie nach Spendenbetteln, wenn die Bude abgebrannt ist. Ja, ja, bei der Bild-Zeitung, so ganz trauriger Blick, so, weißt du? Ja. So, ein Hundeblick. So, Patrick, jetzt musst du wieder eins draufbauen. Boah, ich setz jetzt eins drauf. Immer eins draufsetzen. Boah, der Witz wird auch nicht besser, je öfter ihr ihn bringt, merkt ihr das nicht. Das ist doch kein Witz. Deine Tatsache. Macht mich fertig, ey. Warte mal. Toll, jetzt komm ich da nicht hin. What does the fuck say? Darf ich den Mast gleich bauen? Ja, den Mast baute Tobi. Natürlich. Irgendwie asynchron aus, Dennis. Warte, ich bin doch nicht fertig. Das sieht echt asynchron aus. Ja, ist es auch. Welcher Spaß, die hat das denn gebaut, Alter? Fickt euch doch einfach. Welcher Mongo hat das hier gebaut? Warte mal. Du hast doch das Gerüst gebaut. Achso, du hast es gerade hingebaut. Wie ruhig er jetzt auf einmal ist. Ne, ich bin gerade am überlegen. Hä? Ne, 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 stopp. Das hier ist falsch. Och, Kinders. Och, Sascha, warum hast du das da hingebaut? So muss das sein. Genau. Gar nichts gebaut. Das sieht man doch. Ja, steh mir im Weg, Alter. Ja, Alter, was, ey. Ich bin hinterher Mongo, ey. Wir kommen mit Krieg unter Wurst. Das heißt, aber hier geht es dann auch so weiter, oder? Ja, ja. Cool. Cruel. So, und jetzt, so. So, das ist jetzt die Spitze vom Deal. Guck mal, Sascha, komm mal her. Guck mal her, Jun. Aber Papa zeigt dir jetzt. Geh mal da gucken. Warte. So ist es doch jetzt richtig, oder nicht? Ja. Ne, guck mal von vorne. Wer hat die Stufen hier hingebaut? Achso, hier sind ja gar keine Stufen. Regnet immer noch. Hihi, ich baue was. Nein! Okay. Sehr gar keine Stufen. Tobi, wir brauchen einen Mast. So, ich brauche aber noch ein paar Stufen. Einen Mast, da mal? Ne, ne, ist richtig. Doch, eigentlich brauchen wir noch ein paar Stufen. Warte mal, wo ist denn hier? Da frage ich mich echt, äh... Wollt ihr eine Reling? Der Tobi macht gar nicht mehr mit uns. Der spielt, der spielt seit drei Folgen alleine, ne? Wo ich gerne? Man weiß ja nicht, was er da hinten treibt in seinem Keller. Der braucht bestimmt so eine atomare Anlage, damit er uns nachher wegspringen kann. Klar, ich, was installiert, weißt du? Nee, ich ziehe, wo ich hier und geh Wolle sammeln. Guck, das ist falsch. Der Tobi, du baust den Mast gleich. Guck mal, so? Dafür brauche ich Wolle. So? Nee, das sieht doof aus. Das sieht nicht doof aus. Ey, man fällt immer wieder runter hier. Ich frage einfach den Dennis. Was denn? Dennis, hier oben so Zaun oder als Rening? Dennis Bänder? Hm, da müssen wir noch überlegen. Das baue ich erstmal. Der sieht doof aus, aber er sieht auch doof aus. Uuuuuh! Ah, wo? Ich glaube, ich kriege einen Schluck auf. Aua! Oh, meine Zipfelmütze wird nass. So! Ist das richtig? Ist das so wie auf der anderen Seite? Wir hätten schlafen gehen sollen. Wir sind eins, zwei, warte mal. Eins, zwei. Ich hab nur noch ein Herz. Nee, Sascha, jetzt hast du was falsch gemacht. Sambe, 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 Sambe. Warte mal, hier ist jetzt was falsch. Ah, ich hab schon verstanden. Ja, ich will... Und er wird wieder unten getötet? So, jetzt ist alles richtig. Ich dachte jetzt, man hätte dich getrissen. Ja, hier, geh mal weg. Hier, nimm den. Ja, einfach hin. Ja, nimm! So, schein breit, like a diamond. Boah, der Regen geht mir grad derbe auf den Piss. Mhm. So, jetzt müssen wir uns aber ein bisschen spitzer hier vorne noch machen. Fuck yeah! Also, das hier. Oder warte mal, kann man das mit... Geh mal weg. Du kannst es ja noch. Achso. Achso, äh. Absprung! Also, ich würde ja einen Mast bauen. Ja, den macht der Tobi ja gleich. Ohne Wolle. Der kommt ja nicht. Ohne Wolle. Nee, erstmal den machst du selber. Also... Ja, wie soll ich den denn bauen? Ich hab doch ganz viel Holz. Den Mast! Ja, da kommt aber auch ein Siegel dran, oder nicht? Ja, das kann man ja hinterher machen. Ja, nein. Im Notfall spawnst du halt paar Schafe, weil ich bin grad auch durch die Pumpe gelaufen und hab keinen gefunden. Ja, ich hab hier schon ganz viele. Also, halt die Fresse hier jetzt. Nee, komm her, ey. Sag mal, soll man das hier nicht zumachen, die Seite, so als Kabine? Hm? Zum Reingehen, die Seite hier. Wir bauen uns nachher noch nach unten. Das wird eine Herausforderung. Ach, oder? Ja, aber hier, das kann man ja... Hast du noch nie kaum Platz? Aber guck mal, das kann man auch als Kabine machen. Auf der Ebene hier. Nee, warte jetzt erstmal, bitte. Kannst du mir gleich sofort erklären? Lass mich eben noch ganz kurz hier. Warte erstmal, bitte. Elektro-Titte. Elektro-Titte. Sascha ist ne heiße Schnitte. Nee, das nicht. Ähm. Aber Patrick hat sich endlich geoutet. Ja. Sascha ist mein Schatz, ja? I. Alter. Ich bin weg, ne? Also, wir sind zusammen. Das sagte er sogar mal in einer Battlefield-Aufnahme. Ja. Auf jeden Fall, hab ich auch gehört. So ist es doch eigentlich ganz cool. Warte mal, dann müssen wir mal den hier eigentlich noch wegpüppeln. Wobei der sich jetzt geoutet hat, ist ganz cool. Tobi, du bist ja auch nicht schlecht. Ich wollte das jetzt so machen. Wird mich auch super. Kann man das jetzt so machen? Ja, gehen wir nochmal schlafen, oder? Wie soll ich denn jetzt schlafen gehen, ihr Mongos? Ja, in deinem Porno-Killer. Ja, wie denn? Ich bin grad in der Pampa unterwegs. Ja, dann bau dir ein Bett. Was machst du denn in der Pampa? Knops, Alter. Pumpen gehen. Hm, das sieht ein bisschen behindert aus, oder? Was machst du da? Was baust du denn da? Ich will, dass das... Was ist das? Du hast gesagt, Porno-Keller? Ja. Ja, der geheime Porno-Keller. Kennst du nicht? Ja, okay. 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 Denn was baust du? Lass mich doch mal machen, ey. Alter, das sieht... Boah, ich geh sterben. Sieht aus wie hingekackt und hingeschissen. Die Server-Strukturen eingerichtet. Er sagt Porno-Keller, ey. So, guck mal. Ja. Das sieht echt aus, als ob da eine Bombe eingestragen wäre. So. Kann man Rosen essen? Warum kann man Rosen nicht essen? Und dann? Warte mal. Ist du in echt auch Roma-Rosen? Wenn ich nix anderes hab, ja. Das erklärt diese Stimme. So, guck mal, Sascha. Aber du hast ne... Verstehst du, was ich meine? Der Eich hat keine Zeit, hat sich aufzuregen, weil er total... hier am Schiffbau-Versuchen ist. Also, nicht ganz. Aber er sieht ein bisschen behindert aus, oder? Hä? Komm, ich hau mal wieder weg. Sieht echt ein bisschen doof aus. Aber es war ein Versuch wert. Man muss ja mal ein bisschen... Sascha, komm nicht so ungläubig. Ist dir runtergefallen. Wir könnten mal einen Leiter bauen, oder? War das jetzt richtig, dass der Block wegkam? Ja, lass doch los auf. Wie baut man eine Leiter? Oh, holt er. Was soll? Ne, Sascha, die müssen auch hier weg. Stimmt, ist auch weg. Ich guck einfach mal. Boah, das regnet aber immer hier, ne? Es regnet sehr oft. Wir sind in London. Ah, du. Ich hab die ganzen Frame-Einbrüche wegen dem Regen. So geil, ne? Minecraft sieht so scheiße aus und trotzdem ruckelt es teilweise bei so vielen Menschen. Nein, das sieht nicht scheiße aus. Es ist ein sehr kunstvolles Spiel. Ne. Bitte, pass auf, was du sagst. So kann man es natürlich dann auch sagen. Nein, so kann man es nicht sagen, so sollte man es sagen. Oh. Alter, eine Hexe. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Sag mal, kann mir einer sagen, wie man eine Leiter baut? Ja, du musst mit Stöcken und dann so wie eine Leiter halt aussieht. Das will aber nicht. Weiß nicht, ich hab keine... Fick die Hölle. Ich hab keine... Fick die Hölle. Ich guck einfach mal. Ich hab keine Pfeile mehr dabei. Oho. Und drunter ist eine Leiter zu finden. Oh, ich hab eine Hexe getötet. Eine Bitch. Bin ich nicht zufrieden mit. Warte mal. Eine Leiter, eine Bitch. Was? Eine Bitch, hab ich natürlich gesagt. Ich hab aber was anderes verstanden. Ja, dann musst du dir die Ohren waschen. Ja, ich auch. Das kann er wohl nicht angehen. Nee, also... Du Mongo. Krasser Scheiß, ey. Wo Drecke wieder abgeht, ey. Mongo. So, oder? Guck mal, so sieht es doch ganz cool aus. Guten Tag. Kann man das so machen? Andere, ich begrüße dich. Freunde. Freunde. Guck doch mal bitte. Hallo. So, wer hat von euch jetzt noch Holz? Ja, ich hab Holz. Wo bist du denn? Kommst du grad hier hoch? Ich war da gerade so, ja. Also ich... Man übersieht dich immer so leicht. Wie ihr sagen wollt, Tobi wär dünn jetzt. So weißt du, vorher immer sagen, Tobi wär fett. Und jetzt sagt man, Tobi ist dünn. Wie er sich einschleimt, Tobi, bei dir. Reicht das? Also ich hab jetzt nur noch ein bisschen was von dem anderen. Nee, reicht. Reicht schon kleiner Spasti. Ich hab mir eine Leiter gemacht. Soll ich hier irgendwo eine Leiter machen? Reicht schon, kleiner Spasti. Wohl so trocken. Bitteschön. Kleiner Spasti. Scheiße. Was wollte ich denn jetzt? Warte mal. Scheiße, ey. Wie hab ich mit der Blumenhaut, ey. Mit einer Rose. Mir fehlt... Mir fehlt... Hatten ihr immer noch dieses helle Holz? Noch paar Dinger davon? Ähm... Ich hab Wirkenholz, aber nicht mehr viel. Ja, ja. Hau mal rüber. Hinter dir. Dann schmeißt er sich vorsichtig. Ja, ich seh dich gerade nicht. PayZ, ey. Was ist denn da los heute mit ihnen? Aus welchem Holz soll denn der Maske gebaut werden? Was sagst du denn? Du hast leider... Hast du ganz dunkles Holz? Nee, aber ich kann ja was holen gehen. Das wär super. Weil dann... Haben wir drei verschiedene Holz... Dieses Tropenholz hier. Welches? Wo bist du? Nee, es gibt ja noch ein dunkleres, oder? Es gibt einmal Birkenholz, das und es gibt ja noch eins. Ach, das in der Schneewelle, die Fichte. Ja, ist das soweit jetzt? Nee, ach, ich find schon was. Ich hab nochmal hier ne Leiter hingebaut, ne? Falls einer wieder runterfällt. Ah, das ist eine gute Sache, Patrick. Dann muss ich dich einmal loben. Aber nur einmal. Einmal. Nur einmal am Tag. Nur einmal, Patrick. Was will ich gleich übertreiben? Patrick ist unser. Der wird immer verarscht. Wer dafür ist, dass wir den Patrick umso mehr verarschen, bitte Daumen hoch. Ich sag nur Liebe für Perzett. Na ja. Ein bisschen, ein bisschen Liebe kann ich auch vertragen. Ein bisschen, aber nur. Ein paar Hiebe kannst du auch vertragen, das stimmt. Sascha, gib mir ja nie Liebe. Ein paar Liebe. So, ey, guck mal, so sieht es doch ganz cool aus, oder? Dabei mache ich doch so. Das sieht total geil aus. Ich würde mich da total reinlegen. Okay. Danke, wie ironisch. Guck mal, Sascha, guck mal her. Ist das cool so? Mach mal hier so. Dumm, dumm, dumm. Und hier vorne ist er. Tobi, wo ist der Mast? So, ich finde das sieht ganz cool aus. Aber wie machen wir dann die Seiten des Schiffs? Warte mal, da habe ich eine Idee. Soll ich ein Rettungsboot bauen? Das wäre lustig. In rot am besten. Aha. Rotes Gummiboot. Sascha. Sascha F. Rotes Gummiboot. Wollt spaßig. Oder Yellow Submarine. Submarine. Ja, Submarine. Duckmarine. Ach ja. Oh, da muss ich ja meine Treppe erweitern. Meine Leiter. Super. Das bauen wir aber noch ein bisschen höher, das Schiff, oder? Du musst ja schon ein bisschen prachtvoller aussehen hier. Pracht. Wo könnte ich in der Schneegegend? Da hinten irgendwo. Es ist, wenn du beim Dschungel links gehst. Also bringt jetzt, glaube ich, nichts. Aber ich war da vorhin. Da war so eine Riesenhöhle. Hier ist gleich Rammel-Bammel, ne? Rammel-Bammel-Bammel. Ratatatatata. Ratatatatata. De Bushi, ey. So. Hm, warte mal. Verdammt. Na. Das muss ich denn hier so machen? So. Das ist weg. Oh. Leiter. Leiter. Ne, warte mal. Der muss da bleiben. Geht weiter auf der Leiter des Erfolgs. Des Erfolgs. Da werde ich immer breiter. So. Au. So ist es doch besser, oder? Hättest du mal eine Tischlerlehre angefangen? Ja, oder? Du kannst aber auch alles. Aber wir müssen es, glaube ich, noch höher bauen. Klar. Ja. Vor allem hinten. Das ist ja ein bisschen blöd. Wir müssen auch noch Kanonen bauen. Kanonen. Peng, peng. Oder wir hängen einfach Rosen hier überall. Weit ihr läuft? Ein schwules Pirat. Bitte sich aus meinem Haus zu gehen. Herzlichen Dank. Ihr Peter Stöger. Geh ruhig vor. Wieso hast du eigentlich schon eine enchantete Spitzhack, du kleiner Penner? Hier ist nur Unbreaking 1. Unbreaking. Unbreakable. Darf man mitbauen? Nein, 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 nein. Ich weiß ja nicht, was du hier vorhast. Noch ein bisschen höher bauen, das Schiff hier in einen Seiten. Du weißt, was ich meine? Nein, nein, nein. Ich spreche nicht. Ich spreche nicht. Sehr gut. Oh, das ist nicht schrecklich. Was willst du von mir? Hau ab. Sascha, mach mal den Inder wieder. Bitte mal, bitte. Nein. Mach bitte. So. Und das kommt dahin, ja. Das ist okay so, ey. Udo Lindenberg hier. Ich verpiss dich, Alter. Ich hab kein Holz. Tobi, mach mal den Udo. Udo. Frag lieber mal den Sascha, was er von mir will. Sascha, was willst du von Tobi? Mein Kind. Liebe Harry. Sonst geht langsam das Holz aus, Freunde. Ja. Räumt ihr denn nach? Oh, es hat aufgehört. Läuft der Regen eigentlich über den Server? Also wird der über den Server berechnet? Das ist Realtime. Wenn es draußen regnet, dann regnet sie auch. Wie er ihn auch witzig macht. Geysel, ey. Was ist das, ey? Sag dir das, ey. Denkt, der ist es so, weißt du, ey. Bye. Das ist durch den Menschenhasser, Alter. Das geht ja gar nicht. Habt ihr eigentlich auch alle eine Playlist laufen? Nö. Bei mir läuft der ganz ab, mein Glaber. Boah, ey. Was für Assis hier so. Unbreakable. Der Sascha, als wir von Berlin zurückgekommen sind, hatte Sascha aus dem Hotel. Das kann ich ja ganz öffentlich sagen. Was hast du da entwendet, Sascha? Ein Schwein. Doch, Käse. Ah, ja. Abo. Und dann hab ich gesagt, der soll es durch den Zug schmeißen. Hat er aber nicht gemacht. Der alte Langweiler. Scheiße. Zug schmeißen. Was ist das denn für Kindermutproben, ey? Ja. Hallo? Weißt du, ey. Die Baumschule wieder unterwegs, ey. Ne, ist der Marvin. Der Marvin? Ja, weiß ich auch nicht. Weißt du, der Patrick baut überall so, so. Komm, ey. Ja, ich hatte kein Holz mehr. Komm, ist gut, Patrick. Du hast mich hinterhergekommen. Hast mich verloren. Was ist der Dank dafür, dass ich dir die Axt eben geschenkt hab? Dankeschön, Patrick. Aber, ne? Ja, ich hol dir Holz. Sag mal. Matthias, sag mal. So, ich bin mal gespannt, wie das aussieht, wenn der Mast noch da ist. Oh. Laufen wie ein Boot. Der wird dann groß und stark sein. Schön beblutet, durchblutet. Was? Ja, mit Blute. Aber es sieht schon aus wie ein Schiff, oder? Ja. Warte mal. Aber irgendwie hier. Boah, geil, wie das hier aussieht. Und dann bin ich gerade voll an Skyrim, Alter. Dein Porno-Killer? Oder? Durch. Achso, hast du Hunger? Huch. Huch. Hier ist alles weiß. What's happening hier? So, wir ziehen mal mit dem Tobi mit. An Tobi-Bild. Oh, Alter. Wer hat sich da jetzt gerade in mich reingestellt? Oh, ja. Wer hat sich, wieso frage ich überhaupt? Ah, Tobi-Aas. Tobi. Und jetzt? Hast du eigentlich einen zweiten? Der Tobi hat übrigens einen zweiten Namen. Ja. Wissen die Leute das? Warte mal. Ich meine, ich habe schon gesagt, dass du in der Nähe. Nein, ich will nicht. Nein. Wenn du ihn tötest, danke. Huch. Alter, jetzt reicht's. Was hat ich? Der Tobi hat den Taos erschlagen. Nee, Taos. Achso, nee. Endlich. Ganz ehrlich, ich tebe dich extra weg, weißt du? Und du läufst gleich wieder bei mir rein, ey. Ich hänge irgendwo fest. Ich bin am Boden geglitscht. Nee, du schießt bei mir ganz normal da. Oh, guck mal, ich kann dir da Sachen hinwerfen. Der alles hat, ey. Er arbeitet. Wie lange geht die Folge eigentlich schon? 21 Minuten, ich wollte es gerade sagen. Okay, dann bauen wir das hier alles noch ein bisschen ab und dann machen wir Feierabend für heute. Birkenholz. Die eine Pferderüstung hat. Das habe ich denn jetzt die ganze Zeit hier gesammelt. Das war es, nee. Warte. Jetzt ist wahrscheinlich gar keiner mehr beim Haus, oder? Was? Was für ein Haus? Sind wir noch am Haus, Patrick? Nee. In Holz. Cool. Was ist auf die... Scheiße. Aber ich bin fast am Haus, also falls ihr weiter weg seid. Ja, wo bist du denn hergekommen? Patrick, bleib mal stehen. Guck mal hinter dir. Wo bist du hergekommen? Von da hinten? Ja, also da habe ich Holz... Aber hier ist das Haus. Wo denn? Ja hier. Die Häuser meinst du? Ich habe übrigens hier. Du kriegst auch einen. Bist du drüber gelassen? Oh hier ist eine Schlucht. Ich glaube da waren wir schon mal drinnen. Ist der kein Fichtenwald? Carsten Fichtelmann Wald? Dann müsste das irgendwie hier oben haben. Ein bisschen verschöner. So ein kleiner Turm. Hier könnte eigentlich der Leuchtturm gut hin oder? Hier auf die Ecke. Ne den würde ich eigentlich auf der anderen Seite bauen. Vom Schiff. Gegenüber vom Schiff. Es wird dunkel, wa? Hör mal. So. Dragonborn. Dragonball. Was? Keine Ahnung. Sie läuft bei dir eigentlich alles immer auf Balls hinaus. Balls of Steel. Dragonball. Ball Ball. Der ist schon ekelhaft ne? Turminator. Also was man von dem halten soll. Ist es die Arsche? Die Arsche? Arsche? Arsche. Arsche Mittwoch? Es hätte noch ein bisschen länger gezogen sein können. Ja mach es doch besser ey. Bei mir wäre bestimmt kein Boot rausgekommen. So ein U-Boot. Ich will das Thema nicht mehr ansprechen. So. Taurus beobachtet mich die ganze Zeit. Was willst du von mir? Wo komm ich denn? Hä? Will dich angeln. Hallo? Wo komm ich denn nicht durch? Du bist dich? Du groß geworden. Aber jetzt? Ja. Ich glaube auch. So. Jetzt machen wir die... Eine Etage machen wir jetzt noch vom Schiff fertig. Und dann haben wir Feierabend für heute. Feierabend. Widerstuftel. Kräftig. Deftig. Wurzig. Wurzig. Jetzt bin ich beim Mongo hier. Ey was? Hä? Ich mein Patrick. Alter. Weißt du nur weil du jetzt aussiehst wie Link oder... Der Sasche ist Link. Also Link. Das stimmt. Besser als rechts. Boah. Äh. Wo hast du mich gerade... Ne hab ich nicht. Nein! Das ist ne Leiter. Guck mal da hinten ist ne Leiter. Versuch die doch mal. Nja. Aber das Problem ist die... Das Problem ist die Leiter führt ins... Ja. Weil ich die andere schon bearbeitet hab. Ja dann kannst du die Leiter ja wieder abreißen. Tünnis. Oh Mann. Mann, Mann, Mann. Einmal mit Profis. Dann sag ich dir ein. Also... Jaaaa. Wo ist meine Leiter? Da ist die Leiter. Alter. Wo ist denn jetzt... Sag mal mit... Mit was? Ich bin grad ein bisschen... Mit... mit einer Holzspitze... Also mit... Wie befrüßt man eine Leiter? Weiß ich nicht. Ei Leiter. Ah... 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 Oh Gott. Ah... 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 Bis zur nächsten Folge von Let's Play My Craft. Ah... 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 Vielen Dank.